Musik Hallo und herzlich willkommen zu unserem African Hip Hop Tutorial. Ich bin der Fug, das ist mein kleiner Bruder De Heo und wir machen zusammen die Ausbildung zum staatlich geprüften Gymnastiklehrer an der KNS der kleinen Nestor Schule. Wir wünschen euch beide viel Spaß. Musik So, dann fangen wir auch gleich mit den ersten vier Schritten an. Also das erste, was ich sagen will, ist für die African Hip Hop Chore müsst ihr auf einige Elemente achten. Und das wichtigste Element dabei wäre die Kraft und die Power, die hinter den Schritten steckt. Das heißt, dass wenn wir jetzt, wir machen jetzt den ersten Schritt vier Sprünge, da sollt ihr nicht hier zu wenig Power haben, sondern mit Körperspannung nach vorne springen. Okay, also vier Sprünge nach vorne machen wir gleich zusammen. Fünf, sechs, sieben, ach, eins, zwei, drei, vier. Das sind wirklich kleine Sprünge, gehen wir nochmal zurück. Also wirklich kleine, kraftvolle Sprünge. Gleich nochmal. Fünf, sechs, sieben, ach, eins, zwei, drei, vier. Okay, sehr gut. Die Füße sind ein bisschen auseinander, das heißt, also nicht ganz geschlossen haben, Füße stehen circa hüftbreit. Das sind die ersten vier Schritte. Wir sind dann, wir machen es gleich nochmal, dann kommen wir vorne an. Fünf, sechs, sieben, ach, eins, zwei, drei, vier. Schön mit Kraft, Spannung in den Beinen, haben im Oberkörper auch, richtig stolz und aufrecht. Okay, jetzt haben wir eine Gewichtsverlagerung, ach so, und ich mache natürlich alles spiegelverkehrt für euch. Jetzt machen wir eine Gewichtsverlagerung nach rechts. Das heißt, ihr dürft auf den rechten Ballen landen. Wir gehen zurück. Dann einmal auf den linken Ballen. Und zurück. Die Arme sind euch freigestellt, das heißt, ihr könnt mit dem machen, was ihr wollt. Nochmal, fünf, sechs, sieben, ach, tief und Mitte, tief und Mitte. So, wir hängen euch die nächsten Schritte dazu an. Das sind vier Lunches, vier schnelle Lunches. Wir fangen nach rechts an. Das ist ein Touch zur Seite, Touch zur Seite, nochmal zur anderen Seite und nochmal zur anderen Seite. So, jetzt nochmal from the top, nochmal zurückgehen. Von den vier Schritten bis in fünf, sechs, sieben, ach, eins, zwei, drei, vier, tief, tief und jetzt Schritt, 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 Schritt. Okay, also bei den Schritten müsst ihr auf jeden Fall aufs Tempo achten, weil diese vier Side-Touches, die sind schnell. So, jetzt machen wir gleich alles auf Musik, damit ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt. Und dann müsst ihr mir einmal kurz zuhören, denn wir zählen bei der Original-Coreo nämlich nicht normal, es geht nicht normal bei eins los, sondern bei der fünf. Das heißt, ich zähle eins, zwei, drei, vier und dann fünf, sechs, sieben, acht. Okay, fangen wir gleich an. Eins, zwei, drei, vier und eins, zwei, tief, 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 Schritt, 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 Schritt. Okay, dann habt ihr es gleich mal auf Musik gehabt. Also auf dem Original-Coreo wird es vielleicht einen Ticken schneller sein. Also hier ist es gerade ein bisschen langsamer, denn Copyrights und so, Leute, ihr wisst Bescheid. So, das ist Part Nummer eins gewesen, jetzt machen wir gleich Part Nummer zwei dran. Also nochmal von the top bis dahin, dann machen wir weiter. Fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, tief, tief und Schritt, 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 Schritt. Wir sind jetzt angekommen mit dem linken Bein. Jetzt machen wir einen schnellen Schrittwechsel, das heißt, der Fuß kommt ran und wir drehen uns nach vorne. Das Wichtige ist, dass ihr hier vorne auf dem Ballen steht, damit ihr wirklich oben seid, um einen Effekt zu haben. So, jetzt dazu kommt noch der Arm und jetzt haben wir einen kleinen Effekt. Das ist einmal ein Kurbel nach oben. Also wirklich ein langsamer Kurbel. Jetzt gehen wir einmal tief und dann dürft ihr wirklich tief in die Knie gehen, damit man es wirklich sieht von oben. Tief und jetzt nochmal mit der Schulter, Kurbel, Kurbel. Jetzt machen wir eine weitere halbe Drehung zur Seite und gehen wieder hoch und jetzt dürft ihr nochmal tief und tief. So, nochmal zurück. Also, wir sind hier angekommen. Fünf, sechs, sieben, acht und hoch, tief, tief, hoch, tief, tief. So, ihr dürft den Arm ruhig auch gestreckt lassen, wenn es euch angenehmer ist. Also, ich habe ihn gern hier an meinem Körper, denn dann habe ich mehr Effekt dadurch. Aber das ist eure Entscheidung. So, dann gleich auch noch einmal, dann machen wir gleich weiter. Fünf, sechs, sieben, acht und hoch, tief, tief, hoch, tief, tief. So, wir sind jetzt hier tief angekommen. Was wir jetzt machen ist, dass wir jetzt mit dem Bein überkreuz zur Seite laufen. Das heißt, vor dem anderen Bein rüber laufen. Das heißt, er kommt überkreuz rüber. Und jetzt machen wir eine Step-Touch zur Seite. Ein kurzes Tipp, noch einmal rüber und tipp. Jetzt schließen wir es gleich schnell ab. Jetzt geht ihr einmal über die linke Schulter. Eins, zwei und als dritten abschließenden Sprung einen kleinen Sprung. So, jetzt from the top bis dahin, also von dem zweiten Part. Fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, kreuz, rüber, kreuz, rüber, eins, zwei und springen. So, das ist der Part. Den machen wir jetzt gleich auch noch auf Musik. Und dann verbinden wir gleich die zwei Parts zusammen. Dann haben wir es auch schon fast geschafft. So, dann dürft ihr euch schon mal bereit machen. Fünf, sechs, sieben, acht und hoch, tief, tief, hoch, tief, tief, kreuz, rüber, kreuz, rüber, eins, zwei, landen. So, jetzt haben wir den zweiten Part auch geschafft. Jetzt machen wir nochmal trocken den Part eins und zwei zusammen. Und dann machen wir das nochmal alles auf Musik. So, dann dürft ihr euch wieder hüftbreit hinstellen. Geht hier wieder ein bisschen zurück, damit ihr Platz habt. Fünf, sechs, wir machen es gleich richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und tief, tief, schritt, 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 schritt und hoch, tief, tief, hoch, tief, tief, schritt, rüber, schritt, rüber, eins, zwei und schließ. So, jetzt haben wir das trocken. Jetzt nochmal mit Musik und dann habt ihr es auch schon geschafft. So, bereit machen, hüftbreit. Eins, zwei, drei, vier. Vier, let's go. Jump, 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 tief, tief, schritt, 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 schritt und hoch, tief, tief, hoch, tief, tief, kreuz, rüber, kreuz, rüber, eins, zwei, schritt. So, dann habt ihr es für heute auch schon geschafft. Das war das Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt damit viel anfangen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.